Es war einmal eine Tante, die hatte keine Kinder und auch gar kein Glück. Erst weinte sie lange und dann wurde sie böse. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei unserem alljährlichen Teufelsball bedarf es einer Gastgeberin. Wie soll es auch gehen ohne Ballkönigin? Nun hat sich die Tradition herausgebildet, dass zum einen die Ballkönigin aus dem Ort stammen muss, in der der Ball stattfindet. Moskau! Und zweitens, Margarita heißen muss. Alles in allem, wollen Sie die Aufgabe übernehmen? Ich will. Ich will. Der Ball! Nyaaah! Nyaah! Untertitelung des ZDF, 2020